überleben die ganze zeit looten schnell in haus in der mitte der zone und dann alles abknallen was sich bewegt alter auf die teamkameraden ganz wichtig schließt auf die teamkameraden das ist die gute idee ja für die hammer geile idee wir könnten wir könnten wieder schule das ist geil gehen doch auch alles herrlich oder lassen wir machen hier ist geiler hier ist immer guter leute oder erst ja hier ist immer safe da wo wir gehen wir da 1 2 1 raus hallo da die häuser bei schule wir müssen raus jetzt raus und hochgucken ja seid ihr jetzt echt raus ausgesprungen ich bin doch drin ja der dallo flieger war dina du musst raus wo fliegst du hin der ist schon allein unser zombie-patsch ist der dumm der junge dina ist gemütet deswegen dina nach links ein bisschen wir sind ja mehr zombies als spieler gerade ja das sind sehr böse ja sehr gut sehr gut auf jeden Fall genau das genau das räumt ihr doch ey wer landet mit mir auf dem dach ihr müsst mal w und s drücken dann könnt ihr auf distanz unten links das haus also quasi das unten an der ecke das versuche ich von den puzzlehäusern das was das was das was quasi unten rechts steht auf der karte ähm das höchste ne 18 14 zombies gerade über uns easy dann haben wir die schon mal weg ich hab keinen raffe zombie landet ob er auf dem hochhaus zwei zombies landen oben ab jetzt bei dir ist einer gelandet genau hinter dir oh mein gott prügelt ich mich mit dem jaaa bei uns auch mal nein munition oh nee ach du scheiße ich hab sie easy komm her easy kommt wieder hoch Wer ist denn hier drin? Easy, bleib still! So, ich hab ihn Max, alles gut, Max, alles gut Ja, ich hab nen Zombie Lebt Felix noch? Oh, Mann, Alter, schade, schade Ich bin zu kurz unterwegs Ich brauch irgendeine Waffe, Mann Oh, die kommunizieren alle schon hier ingame Oh, Gott, das wird böse Die reden alle Ja, ja, schnell, schnell, Waffen Wie sieht's aus, Revi? Halt immer die Fresse, ich muss Steps hören Alle ruhig Danke Hier ist nur ne Schrot bei mir Ich hab nen Bogen, Alter Maxi, komm bei dir rein, ich seh dich direkt da draußen Ich komm unten bei dir rein Ja, ich hol dich unten ab Wer ist hier, wer ist hier? Wo ist ein Zombie? Okay, dann lass uns ins nächste Haus gehen Zombie Zombie ist tot Komm, wir gehen runter, komm wir gehen runter Dalo, Dalo, ich hab ne SK-12 Oh, das ist doch ne gute Waffe Achso, okay Ich hör Steps Achso, dann meine Steps Ich glaub, das ist ruhiger geworden Wir haben ne gute Zone diesmal Ich hab ne Tommy Gun, Alter Nice, 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 nice Ey, guck, ob du im Griff Ich hör keine Steps Ich hab so Schiss Wer kommt denn hier? Dalo, komm mal mit zu mir in das Haus hier rechts Ich bin grad bei, äh... Alter! Nein, ich bin tot Mach was Easy, mach was Oh mein Gott Wie kann das denn passieren? Was ist denn da los? Die waren unten drin, die Schweine, Alter Die Schweine Oh, die Schweine Hat jemanden... Flattered Mafuyu Fuck, ey Hier ist noch einer Mach den weg Die kommen nachher noch rein Scheiße, Alter Ja, die Tür unbedingt raus Ja, wir müssen den anderen Äh... Easy, easy, komm Easy, easy Wir gehen nach links Wir gehen nach links Warte mal Ich hab noch ne Teestasche Ich hab mir seine Teestasche Hier links ist im nächsten Haus Max, ab zum Haus Ja, da rein Ja, hier ist grad einer rein, den will ich holen Ja, genau, da gehen wir hin Da sind glaube ich viele gewesen, oder? Schön zu dritt, immer schön in einem Haus bleiben Am besten gehst du zu zweit anlaufen Ja, genau so mach ich das auch Okay, er geht oben wieder raus Er geht oben wieder raus Ich bin alleine ohnehin Mach mal, kannst du die Tür zumal? Ja, komm doch mit Der Ding hat keine Tür mehr Ja, komm doch mit Ich hab nur Angst, da hier raus zu gehen Oh Gott, Revi, wir sind da Weißt du, wo jemand um die Ecke ist, Alter Wo sind die anderen denn? Hier sind welche drin? In anderen Häusern Wir sind alleine Ich hoffe, wenn ihr die Tür aufmacht Ich höre ihn bei mir Das könnte Dana sein Das könnte Dana sein Ich laufe zu Max schon riesig Und safe Jungs, Jungs, wo ist die Tür? Ja, hier ist alles safe Hier ist alles safe Fuchs die Tür Ja, unten Im Erdgeschoss Schieb da voll den Film, Alter Wie hat der Junge das geschafft? Ja, keine Ahnung, keine Ahnung Ach, hallo Na total Habt ihr das Haus schon clear zufällig? Oder noch nicht? Keine Ahnung So viele sind doch gar nicht hier gelandet, oder? Welches Haus? Ne, 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 es geht total Ne, da wo wir alle sind Angeblich kommt irgendwo einer hoch Ne, ich bin noch im clearen Ja, ich höre auch Ich glaube, die sind oben, ganz oben aufm Dach sind Passt auf, Boys Das ist Sinn Maschiepistole Wo denn? Nein Alter, ich gib den Alter Dena, ey Dena ist so ein Arschloch, wieso spielen wir mit dem, ne? Tragt man sich ja dann wirklich, oder? Hahahaha Hahahaha Du kleiner Wichser, Junge, dich mach ich lang Denkst du kannst hier um die Ecke auf mich warten, hä? Was glaubt ihr ist besser, die OMP oder die Uzi, die Uzi, oder? Uzi, 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 Uzi Oh, lol Ich hatte mit... Alter Alter Junge Scheiße, ich weiß nicht, bin ich 14 oder Uzi, auch Uzi Uzi, Uzi, Uzi Ja, ja Dalu, 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 Dalu Warst du im roten Haus drinnen, rechts? Äh, nee Da komm ich da hoch durch Ey, wir müssen, die Jungs, wir müssen zur Schule, auch wenn die noch außerhalb der Zone ist, wir können da noch die ganze Muni mitholen Ja, 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 ja Ich brauch... Ahahaha, das war knapp Aber... Da reden noch ganz viele, ich hör noch super viele neue Ja, ja, die labern alle, ohne Witz Ja, ja, das ist schon eine gute Hilfe Helm Level, Helm Level 2 bei mir Wie wärs mit Rucksack Level 1? Max, ab zur Schule Dalu, komm bei mir ins Haus, Dalu, komm bei mir ins Haus, hier ist ein Level 2er Rucksack Max, Dalu zur Schule Ich glaub ich mach Revi mal von minus 15 auf minus 10 Ich will den ersten Rucksack holen noch Ja Ja Ja, ja, ja Bin bei dir Also wir laufen jetzt los, ne? Geht jetzt zur Schule Ab zur Schule Gehen wir erst zum Schwimmbad, erst zum kleinen Haus Ich hab noch eine weitere Schwimmbad Ich will jetzt nicht schwimmen Nicht jetzt schwimmen Revi, wo ist der Rucksack? Oh nein, jetzt ist ein Auto Was? Der Rucksack? Der ist echt ein Auto Hast du die Autos an? Hast du dich gefunden Nee Da komm jetzt, komm in die Zombies Autos fahren Dener fährt mit dem Auto Jungen, ich werd hier nicht alleine rein Ja, ich bin hinter dir, Marc Wieso kann Dener Auto fahren? Na, ich hab's noch ausprobiert Ja, 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 ja Zombie an der Schulmauer, zombie an der Schulmauer Cool, Schule ist klein Oh 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 Dalu, hier liegt ein Rucksack, Dalu, komm her, Dalu, hier liegt ein Rucksack. Ja, ich seh dich. Ich brauche Muni. Turnhalle ist bester Laden hier. Sport. Mann ey, dieser scheiß Zumbi. Sport. Ja, Mafio, Mafio ey, tut mir leid. Mafioso. Mafioso. Ja, Alter. Alle immer erschrecken. Mafioso. Ich seh was. Wie viele Rucksäcke sind hier, aber gut, ist auch ne Schuhe. Hier oben liegt noch ne Tommy Gun, wenn jemand möchte, liegt ne Tommy Gun. Geil, gönn dir, Revi, gönn dir. Soll ich mir die nehmen, anstatt der Schrotflinte ist besser, oder? Ja, gönn dir. Nein. Nicht? Autoshotty. Nicht. Wenn du ne Autoshotty hast, die Schottgun, ansonsten nimm die Tommy. Ja, hier, Dalu, komm hoch, dann nimm die Tommy Gun. Ich bin leider nicht bei denen da näher, aber vielleicht ist wer anderes da. Maxi. Maxi, Maxi, Maxi. Maxi, komm. Ich hab ne AK. Maxien. Alles gut, alles gut. Maxi. Maxi, Mann, komm. Was ist denn mit dir, Alter, bist du krank? Ja, guck hier. Ja, guck da, Maxi. Gibt's Leckerli? Hier, ne Level-2-Beste noch für dich. Oh, einer ne VSS oder so? Geil. Oh Gott. Maxi, schau. Maxi. Was willst du denn von mir? Tommy Gun, Maxi. Will doch keiner. Ja, was will doch keiner, Maxi. Okay, will wer ne AK? Will doch keiner. Will jemand meine Waffe tauschen? Ja, also. Hier liegt ne AK. Ich hab ne AK hingelegt. Na gut. Na gut. Brauch ich nicht, danke. Okay. Ich hab die Uzi. Ist einer von euch in der Tourenhalle? Nein, ne? Nein. Ich hör hier grad Steps. Du bist ganz alleine drin. Hier ist einer. Ich bin bei dir. Ich komm zu dir. Ich bin ganz alleine. Komm zu dir. Links ist er, links ist er. Ja, ja. Eigentlich müsste ich dich sterben lassen, aber ich komm mal zu dir. Mich? Wie soll der mich denn töten? Anderen Raum. Anderen Raum. Wie soll der mich denn töten? Du schwer ist das nicht. Schule wär so gut zu stayen. Schade. Das war echt fett. Aber können wir nicht, ne? Nee. Hier ist noch ne AK aufm Dach. Wenn wir durchgehend hochhalten. Braucht hier jemanden, braucht noch irgendwer von euch ein erweitertes Magazin für ne UMP oder ne Uzi? Ja, für ne Uzi. Ich. Ja, okay, Izzy. Was bietest du mir dafür? Oh, Junge, Alter. Ja, was? Wir müssen ja auch vorhanden. Nein, Izzy. Wie viel M4 Muni habt ihr? Dalu, ich hab welche für dich, komm mal her. Gar nichts. Ich komm wieder hoch. Hast du noch, äh, siebener, äh, neuner? Und nehmt doch ruhig Pistole mit Pistolen Muni mit. Oh, hier unten liegt auch ne Pumpe, ne? Wenn einer ne Pumpe braucht. Also AK. Wenn er noch 45er hat. Okay. Sind noch zwei Pumpen liegen. Leute, denkt dran, ne? Pistole auch. Pistole gut. Sehr gut. Oh. Aber mit anderer Muni. Ich glaub, da nehm ich doch die AK noch mit. Ja, ja. Ich hab in der AK mit mal 4. Ich hab halt nur ne schlechte Schoddy. Schoddy, is like a Melody. Lohnt sich die AK gegen Zombies mehr als die M16? Ja, aber. Scheißegal. Ja, weil du Spranker hast. Hauptsache du hast davon irgendwo mehr Mut. Ich hab grad so einen Schleimbrocken ausgehustet, Alter. Gar nicht geil. Geil, bin dir. Liegt der jetzt auf dem Tisch, oder was? Na, ich weiß nicht. Der ist runtergefallen, glaub ich. Den höb ich mir für später auf, Alter. Oh, lecker, lecker, lecker. Ja. Du seid sich. Kleiner Snack für zwischendurch, weißt? Weiß. 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 So, wo gehen wir jetzt hin, Jungs? Passt mal auf. Was haltet ihr davon, wenn wir zum Prison gehen? Weil da können wir noch looten. Ja. Und da können wir relativ gut verteidigen in dem großen Haus. Da gibt's nämlich nur einen Eingang. Agree. Agree. Ne. Vorne und hinten gibt's. Prison, yo. Lass mal hier kurz einmal treffen. Vor dem Auto. Und... Scheißhaufen machen. Munition teilen. Ich hab halt ein bisschen Munition. Hab wer ne Auto, Shotzi? Hast du neuner für mich, Blacklon? Nee. Ich hab 7, 6, 2er. Gib mir mal ne Fünfer, Muni, wenn du noch hast, Jey. Ich hab keine Fünfer, ich hab 7, 6, 2er. So, was ihr nicht braucht, jetzt hier hinschmeißen. Ja, genau. Wagt es nicht, Dehner. Dehner, ich schieße dir den Kopf. Drei, zwei. Moin. Ich droppe Shotgun-Muni. Hier ne ganze Menge Shotgun-Muni. Ja, easy, komm her, easy, komm her. Ja, bin bei dir. Wieso kann man nicht schuben? Nice, danke. Danke, Manko. Hast du noch, easy, hast du noch neuner Muni? Wie bitte? Neuner Muni. Ja, ein bisschen. Wie viel hast du? 119. Ah damn, ich hab auch nicht so viel. 119 ist auch voll viel, Alter. Ich hab 175. Ich hab noch einen Foregrip. Ja, ich hab noch einen Foregrip. Ja, was? Hey, hast du 45er Muni? Ich hab keine Muni. Was brauchst du denn? 45er. 45er. Leute, die Mauer kommt gleich, ne? Die Mauer kommt, die Mauer kommt, Leute, die Mauer! Der Osten kommt, lauft! Lass doch noch mal zu Geld looten gehen. So ein, zwei, Leute. Dann können wir noch mal Munition sammeln. Und ein paar, und hier, komm mal hier, ein paar zu hellrot. Komm mal mit zu hellrot. Ein paar mit zu hellrot. Oh Gott. Ja, ja, geht ihr alle zu hellrot. Das hat Rewi markiert. Hör mal auf, Dalukat, Alter. Safe. Ich find das eher ein mittelrot und nicht so ein hellrot. Ja. Felix, könntest du vielleicht ein wenig Sterben und Diskoleck hinlaufen? Zombie vor mir, Zombie vor mir. Ganz viele Zombies vor mir. Abdrehen, abdrehen, abdrehen zu gelb, abdrehen zu gelb. Ich bin entkommen, ich bin entkommen. Doch, da hinten steht tatsächlich welche. Ich bin entkommen, ich bin entkommen. Ja, die kommen danach gelaufen. Ja, lass die töten. Das sind drei Leute. Das sind drei Leute. Warum nicht? Aber Jungs, die haben uns noch nichts getan. Die haben mich verpisst. Die haben mich verpisst. Einer ist ausgenockt. Ja, die verpissen sich. Lass uns lieber weiterlatschen, oder? Ins Gelbe. Ich will den jetzt hinrichten. Oh, der Dallo ist heiß, ey. Der ist heiß. Wenn das deine Meinung dazu kommt. Easy zu Hellrot. Ich bin das nicht ganz in Ordnung, aber mach ruhig dein Ding. Ja, Dallo, jetzt ist er am Arsch, oder? Jetzt ist er am Arsch, Dallo. Jetzt ist er am Arsch, Dallo. Wer ist am Arsch? Wer ist am Arsch? Wer ist am Arsch? Ja, Junge. Alle down. So, jetzt komm ich zu euch. Wer ist noch da? Easy ist bei mir. Fünf waren das, oder was? Ja, alles klar. Let's go. Boah, Alter. Das war close. Ja, das war close. Schön in die Ecken aufpassen, dass hier keiner kämmt oder sowas. Fotze. Das war close. Das war close. Fotze. So. Na ja, aber auch. Dehner, weiter so. Sehr gut. Wir haben sie eliminiert. Die Zone ist jetzt da. Das heißt, viele Zombies wahrscheinlich auch. Die Mauer, die Mauer macht nicht die Zone. Oh, ist das geil. Vielen neuen Harmonien. Oh. Boah, Jo. Ja, nein. Ey, wir müssen jetzt loslaufen, Jungs. Wir müssen sowas von loslaufen. Oh, hier ist eine Autopum. Oh, Leute. Wir müssen echt laufen. Wir müssen laufen. Zombie, bei dir. Max, rechts. Hey, Jungs, wir müssen los. Ska oder Maschine oder Tommy. Max, ich war da schon drin. Geh da raus. Max, ich war da schon drin. Max, ich war da schon drin. Ich hab ein bisschen Tommy Gun auch für dich Munition. Easy. Ja, geil. Hat denn eine grüne Muni noch für mich? Ja, ich. Nee, leider nicht. Ja, ich hab 150 Schuss. Warte, Max, ich fange von der anderen Seite ab. Er kommt zu dir. Er kommt zu dir. Easy, ich bin bei dir am Haus. Ich steh hier unter der Tür. Nicht Schüsse verschwenden. Geht doch nah ran und finish. Du brauchst, ne? Ja. So, wir müssen jetzt laufen, Leute. Ja, wir müssen. Dankeschön. Ey, schließ mal bitte zu Max. Hallo, schließ mal zu Max und mir auf, Jungs. Krass. Bin ja mal gespannt, wer jetzt durch die Zone stirbt hier. So lange wie ihr braucht. Ey, das ist schon weit, ne? Ach, locker. Wir haben zwei, zwanzig haben wir. Das ist gar kein Problem. Ist gleich vorbei, Junge. Gar kein Problem. Dann kommt Kai der Brecher. Dena, warte mal kurz. Junge, wenn Roni der Bluter kommt, das vorbeimacht. Das heißt, ne? Hä, Roni? Bist du Roni? Nee. Mach das nicht, Felix! Mach das nicht! Mach das nicht, Felix! Tu's nicht! Ich wollte nur nicht als letztes laufen, Dena. Und du bist übrigens... Soll ich mal kurz sagen, dass du geduckt bist und deswegen langsamer bist als wir? Oh, Gott. Ist der... Hol der Junge, Alter! Ist der dumm! Ey, langsam verstehe ich Revi. Du bist doch 45er, Muni, ne? Ja, ja. Ich kann dir noch 45er ACP geben. Max, hast du ein erweitertes Magazin für meine Autoshotze? Easy läuft doch hinter dir, Jey. Du kannst doch warten. Beim Schweinehaufen. Aber ihr wart im Auto und habt gespielt. Nee, ich will auch nicht warten. Nee, brauchst doch nicht. Ich hab ja noch. Hat jemand noch eine Weile als Magazin für mich? Für meine Schrotz, gell? Für dich krieg ich gar nichts. Nee, leider nicht. Ich glaub, den arbeiten mit den Zombies insgesamt zusammen. Laufen ist immer Möhrensaftzeit. Das sagt der Teamkiller Nummer 1, Jey. Laufen ist immer Möhrensaftzeit. Ist so, Alter. Was? Ich fühl das easy, ich fühl das total. Ja, das kriegen wir aber hin. Mann, ich hab so wenig Muni. Was brauchst du denn? 5, 5er? 4, 5er. 4, 5er? Ja, die blaue. HCP akut. Ich stand eben vor dir und hab gesagt, nimm die Tomega mit der Munition. Hast du mich angeguckt und gesagt, was willst du von mir? Ja, genau. Ich hätte die AK behalten sollen, hätte ich jetzt 200 Schuss. Ja. Ja. Was lernen wir daraus, Kinder? Traut niemals einem Revi. Genau. Nehmt immer die AK. Immer zur AK greifen, Kinder. Immer. Durchgehend. Im Notfall immer zur AK. Könnte aber tatsächlich. Ich weiß noch nicht, warum es in dem Game kein Baseballschläger gibt. Das verstehe ich einfach nicht. Das ist mir auch ein absolutes Sinn. Das sind Dinge, die ich nicht verstehe. Oder Golfschläger. Auch nicht. Oder ein Billardschläger. Die hassen Sport, die Leute deshalb. Oder Cricketschläger. Schön Holz. Dafür gibt es eine Pfanne. Schön Holz. Ja, sicher. Die Pfanne, Mann. Oder ein Kochlöffel. Genau. Und dann wär geil. Das ist eine saugeile Wanderung. Wir haben eine extrem geile Zeit gerade gemeinsam. Ja, absolut easy. Ich fühle das komplett. Roadtrip. Jungs, Longboard-Tour 2017, Alter. Das macht so Spaß mit euch. Ohne Longboard. Longboard-Tour ohne Longboard. Ist das geil, Mann. Ich liebe es. Ich will ja nicht, dass du dich wieder verläufst, Kinder, ne? Einfach hinterher. Zombie-Tour mit den Jungs. War eh mein Lieblingsformat. Seid ihr es nicht mehr macht, hab ich euch deabonniert. Ja, das stimmt. Was? Longboard-Tour. Ja, kann ich jetzt mal so sagen in der Runde. Ganz ehrlich. Ihr müsst doch mal Kritik annehmen, ihr Scheiße, ne? Kinder. Ihr Scheiße. Den ganzen Scheiß, den du dann mal machst, den dann mit deinen Ufo, Jungs. Das juckt doch keinen. Die irrelevanten Affen. Ja, ihr Paintball oder was das war, Junge. Was ist denn das? Das saut die ganze Bude ein. Ekelhaft. 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 Komm bevor uns, Max. Mach ich weg, Junge. Ich blick auch nicht mehr durch. Ähm, Izzy, wenn du gleich über den Hügel bist, ne? Hm? Hat sich irgendwo hingesetzt, Max. Ja, er hat sich hier hinter dich hingelegt, du Lappenhalter. Ja, ich wollte ihn hier auch leben lassen. Ne. Das ist doch nix. Was soll ich geben, was Antun soll? Ey, kannst du mir mal helfen? Watt denn? Der Max ging grad rauf, hier. Mann, die ganze Zeit der Letzte hier. Wenn ihr sind doch ein Zombie, sind dann bin ich am Arsch. Ja. Cool. Ey, sag da nur. Ey. Ey. Habt mir vorne mit zu den Häusern. Die können wir nochmal ganz kurz ausnehmen. Die Häuser können auch looten. Ja, ja, eben. Ja, ja, ich sag euch, wo ihr hin müsst. Ja, ihr müsst genau zum grünen Punkt. Dena. Dena, was ist denn los, Mann? Wieso spielt der denn überhaupt nicht? Warum sind hier alle Türen offen? Warum liegt das Stroh? Wieso hab ich denn... Las mir doch einen. Max, ich hab noch 7er Munition für dich, ne? Alles kein Bock. Oh, hier nicht 7er. Äh, 45er. Wie viele? Ja, 30 nur, aber es besser ist. Ja, dann töten, 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 töten. Boah, das ist aber jetzt aggressiv, finde ich. Na klar. Die Einstellung kann ich nicht halten. Maximilian, bleibst du kurz stehen, ich hab noch 30 Schuss für dich, ja? Junge, du hast 7er Munition, die brauch ich nicht. Ich hab ne Tommi. 45er, Mann, du Hund! Ganz viel 5-5-6er hab ich noch aufgesammelt. Leute, wir müssen weiter. 5-5-6er, 5-5-6er, 5-5-6er. Warte, Max, ich brauchte für meine Pistole. Brauch ich noch 20 Schuss oder sowas. Easy, Tommy Gun, easy, ACP, Tommy Gun. Ja, wo bist du? Hier, bei dir. Hast du gedronten? Leakt. Sehr geil. Wo? Wer hat ne 5-5-6er-Waffe? Ich hab ne 5-5-6er-Waffe. Zombie da oben, rechts, 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 rechts. Dalu, komm her. Rechts oben am Berg. Dalu, komm hier zu mir. Nordosten. Dalu, hier, hier am Baum. Ja, das ist nicht der einzige, die liegen da. Die liegen da, das sind mehrere. Alter, hab ich viel Muni. Oben am Hügel, oben am Hügel. Es ist durchgeglitscht. Rechts am Hügel, da wo ich hinlaufe. Ich darf mich nicht verarschen. Max, ich hab's hingelegt, guck mein Replay. Das sind Highlights, ich in meinem Videoschimmeraussarbeiter. Vielleicht liegen die irgendwo im Gras, passt auf. Rot, 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 rot. Also wir müssen safe weiter. Guck mal, wo der Ton hier ist. Maximilian. Nein, nein. Da hinten Zombies, ganz viele Südosten. Du müsst auf grün gehen, nicht rot. Südosten mehrere. Oh, Leute, lass mich nicht alleine. Wo bist du denn? Ein paar Meter hinter euch. Den erwartet mal kurz. Alter, warum? Hey, hallo. Zombies, Zombies bei E und 75. Ja, im Haus drin. Rebi, warte mal kurz. Hui. Ja, moin. Nicht in die Schussbahn gehen, Leute. Oh, Eisenkrone. Ohle Eisenkrone. Ich hab den Boss von denen kaputt gemacht. Ey, ist der Bruder von Kai, der Brecher. Ohle Eisenkrone. Hier ist noch Autopumpe. Und Muni? Wir müssen weiter. Ja, klar. Wir müssen aber noch wichtiger, ist ein Loot tatsächlich. Uh, Dreierhelm. Hui. Hier ist noch Suppressor. Oh Mann, ich wollte die neuner Muni haben. Oh Gott, ich lauf mit denen allein in den dunklen Wald. Das ist super. Mit denen an den dunklen Wald, Alter. Würde ich ja nicht machen. Dener, weißt du, wo du hinwegst? Ja, zu grün. Zu grün. Riechst du nicht grün? Wir müssten, ey, lass mal überall von... Schau mal, Marc, siehst du hier rot? Ja. Hellrot? Lass mal da hingehen. Alter, die Zone wird ganz schön klein, ne? Und es sind noch sehr, sehr viele. Die Zone wird ganz schön geil einfach. Die kommen über Südwesten, ne, über Westen, Leute, ne? Ey, lass da hingehen. Da ist... Da haben wir wenigstens nur ein paar Seiten im Problem, wo gelb ist. Ne, Häuser ist doch einfacher, Alter. Wenn wir Häuser haben... Ja, wir müssen echt in ein Haus. Ja, dann da. Ey, wenn du offenes Gelände hast, dann machst du nichts. Da ist ein Farmhaus. Ja, ich hab da hier. Komm mal hier. Bist du ja da? Da sind wir wenigstens in der Mitte. Wir können auch mülter Power nehmen. Wir können auch mülter Power nehmen. Wir können auch mülter Power nehmen. Müllter Power ganz um aufs große Gebäude wäre auch nice. Aber ist nicht in der Zone. Dann kommt die Zone und dann ist wieder Ende im Gelände. Eben, genau. Deshalb würde ich halt schon sagen, das Farmhaus da bei Hellrot und das ist am sinnvollsten. Bei Hellrot ist schon sehr geil und frisch, ja. Ja. Irgendwer wurde aus dem Spielbereich geschlagen. Wer ist denn da so alleine, Marc? Was machst du da? Ich loot. Divers. Diverses Gameplay hier. Ich loot für die Rels. Ich fühl mich nur sicher, weil du dabei bist. Nicht wegen Felix, ne? Vielen Dank, vielen Dank. Baba Gandalf. Ach Gott. Was? Hast du Bock dir eine Schelle zu geben, ne? Woran sterben die? Wahrscheinlich außerhalb der Zone. Vielleicht gibt's eine Krankheit gerade. Man weiß ja nicht, ne? Ich hab so viel Dreck auf dem Monitor, sieht aber aus wie ein Zombie aus. Ja, ist bei mir auch die ganze Zeit. Zahn, Alter. Hm, kenn ich. Dreck im Maul. Immer wenn ich mit dir aufnehme, krieg ich Plack auf den Zähnen. Ey, wir sollten jetzt alle uns wirklich bei Hellrot treffen, oder? Ja. Da können wir uns auf jeden Fall am besten verschanzen. Ja. Wenn wir jetzt Glück haben und da hinkommen, dann könnte das sogar noch was werden. Da laufen sie. Süden. Süden. Oh, Leute. Decks, sieben Stück sind das. Ja, tötet die, tötet die, tötet die. Hallo, jetzt haben wir da drauf was, komm. Ja, ich kann die Muni auf die Distanz nicht verloren. Hey, Jungs, was ist, wenn wir zuerst zu grün gehen, da Zwischenhalt machen? Ja, grün ist immer ne gute Idee. Ne, wir müssen zu hellrot, wir müssen zu hellrot, wir müssen zu hellrot. Ja, wir müssen aber auch looten. Grün ist immer ne gute Idee, ja. Ey, die sind hier vorne, die sind alle vor uns. Tötet die doch, bevor die sich stecken. Digga, die schneiden uns den Weg gerade ab. Ja geil, dann fick die. Max, hinter uns. Wir müssen zu grün ins Haus, wir müssen zu grün ins Haus. Ach, scheiße. Wir müssen zu grün, wir müssen zu grün. Ihr seid so am Arsch, Alter, ihr seid so am Arsch. Kommt zu grün, kommt zu grün ins Haus, kommt zu grün ins Haus. Oh, Max! Grünen Haus! Hinter uns! Ja, ich war einer. Kommt zu grün, seid ihr hinter mir. Die sind schon am Haus, Leute. Die sind schon am Haus. Rechts, links von dir, links von dir, Max. Links! Rechts am Haus, rechts am Haus. Lass die töten, oder? Ja, es sind welche im Haus, ich hab schon welche ins Haus gehen sehen. Ja, eins. Kommt hoch. Geh hoch, Dalo, geh hoch. Die liegen jetzt im Wald, komm, lass weiter, lass weiter, lass weiter. Max, Max, okay, willst du die töten? Oder bleiben wir hier? Ja, lass die, lass die alle töten. Guck mal, wie die fliegen. Von hier aus können wir die auch gut töten, wenn wir im Haus sind. Liegt noch ein Level 2 hin, nach vorne in der Ecke. Liegt noch ein Level 2 hin für euch, Leute. Okay. Also Jay und ich putzen hier ein paar weg. Ja. Das sind noch welche rechts von uns, Max. Ja, hier, hier ist einer im Gras, Junge. Den nehm ich noch mit. Hallo, ich nehm den mit. Pass auf, rechts hinter der Scheune, äh, hinter dem kleinen Ding ist auch noch einer. Ha, da lacht er mit. Guck mal, der ist in der Zone. Lass ihn mal nicht rein, lass ihn mal nicht rein. Lass ihn mal nicht rein. Wo denn? Dahinten hinter dem Haus ist noch einer. Izzy, nein. Da kommt der Angel laufen, da kommt der Zone. Wir müssen, wir müssen zu rot, wir müssen zu rot laufen. Da sind zwei doch, Max. Wir müssen zu Klippe, wir müssen zu blau. Kriege den Blocker, Alter. Zu rot, zu hellrot, wir müssen zu rot, anders geht's nicht. Hier ist noch ein zweier Helm. Grün. Okay, wir müssen zu einer langsam wieder aufschließen. Hier vor mir ist einer. Kommt, rot, 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 ey, wenn wir jetzt laufen. Mach den weg. Geh mal runter hier, Izzy, runter. Was macht ihr denn da, Jungs? Max, wir kommen zu euch. Und dann gehen wir zu rot. Nice, Max. Geht mal mit uns bitte Richtung rot, Leute. Hellrot. Wir sind auseinander jetzt. Links von dir, Max. Drei Zweiergruppen gerade. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht so. Das ist gut, das ist nicht gut. Kommt zu hellrot, Jungs. Wir schaffen das. Alter, willst du mich verarschen, Mann? Null. Ja, macht immer schön Lärm da hinten, Alter. Ihr werdet gleich angreiften mich an, der Sack. Izzy, warte mal, Izzy, die große Masse wird wahrscheinlich da hinten entgegenkommen. Max, schaffst du das? Ich will nicht dich abschießen. Naja, alles gut. Izzy, warte mal zwei Schritte. Max und Jay, komm mal jetzt. Okay, lass mal zu der Gruppe. Ich bin nicht so weit weg von euch. Izzy, Izzy, warte kurz, Izzy, warte kurz, bitte. Was macht ihr denn da? Wir gehen jetzt schnell in die Häuser rein. Wir ziehen hier nicht mehr weit. Ich glaub, Häuser ist gar nicht so gut, zu wie auch nicht. Ja, glaub ich auch. Es läuft gerade übel gut, also Jay und ich, ich hab grad zehn Kills gemacht. Ja, das ist, weil ihr nicht so ne Bombenmasse da gerade habt. Ja, ja, deswegen. Immer die Einzelnen abzunecken. Ja, aber wenn wir die Tür halten, dann wird das doch nicht gehen. Hier liegt einer am Baum. Hier liegt einer am Baum, den hol ich mir. Ich hab so viel Muni, Alter. Mir ist auf jeden Fall niemand. Ich hab auch richtig viel, also. Schuss. Nice. Nicht so viel Schussverballern immer. Wie viel hast jetzt gut, Jay, insgesamt? Ich bin jetzt bei acht Grad. Alter, jetzt so viel Muni. Sehr gut. Ich hab zehn. War da oben jemand schon im Turm hier? Äh, am Strommast, Strommast. Ja, warte, warte. Ich bin hier erstmal im Turm kurz. Pass auf. Hinter uns rein! Max, gib Gas! Raus, 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 raus! In das Haus, Izzy, in das Haus, Izzy. Gib Gas, Max. Wir sind schon im Haus drin. Die sind alle hinter dir. Wir müssen zu hellrot, zu hellrot, Jungs. Wir sind nicht in der Zone. Izzy, Dehner, raus da. Wir sind nicht in der Zone. Kommt schnell, die anderen kommen. Okay, okay, okay. Wir müssen jetzt irgendwie... Ins hellrote Haus. Wir müssen kämpfen und holen die uns. Wir müssen kämpfen. Von oben links. Izzy, Felix, komm. Ja, okay, drauf da. Nein. Kommt raus, auch nicht in der Zone. Ganz knapp. Hinter uns. Lieber nicht so nah, Max. Lass lieber. Wir müssen zusammenbleiben. Die umzingeln uns gerade. Ey, lass uns mit den anderen gehen, oder? Jaja, komm zu uns. Hier sind ein paar. Wir können dich necken. Okay, okay. Ich sag's dir. Jetzt geht's um. Hey. Wir sind bei dir. Ja. Hier. Kommt Jungs. Kommt Jungs. Kommt Jungs. Kommt Jungs. Ich brauche Hilfe, Izzy. Izzy, hilf. Hilfe. Izzy. Wieso sind wir nicht in dein Haus gegangen? Ich sag's... Kommt Jungs. Kommt Jungs. Kommt Jungs. Kommt Jungs. Kommt Jungs. Wie viele Kills ich hole, Mann. Kommt Jungs. Ich hinter mir einer, ich hinter mir einer! Nein, ich hinter mir nicht mehr! Okay, ich hab gar kein Leben, Junge, ich geh im Koffer! Oh, Spritze rein, ja! Ey, die Tone, die Tone, alle auf ne Feld. Wir müssen auf ne Feld. Die heben sich alle gegenseitig hoch, Mann! Zu Jay, die finischen, wegmachen! Ja, Granaten, Granaten, schmeiß Granaten drauf! Wo liegen die denn? Bei mir heben sie sich hier oben aufm Berg, oben aufm Berg! Da haben sie sich formiert, oben aufm Berg! Lass sie hinten laufen! Straight dahin! Bumm, 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 wegficken! Die heben sich alle gegenseitig auf! Granaten, vorsichtig, Granaten! Ich hab einen ausgelockt! Immer mit der Schrot ganz genüsslich finishen, kein Stress! Ich hau den jetzt auf die Schnauze, ich geh da rein! Ich geh da rein! Ich geh da rein! Wir sind in der Zone, ne? Wir sind in der Zone hier! Wer hat die Smoke hier eben geschmissen? Seid ihr besoffen! Von hinten, von hinten, Boys! Ein bisschen auch hinten abachten! Ja, die sind ja oben aufm Berg! Ja, oben auf Berg! Hier an der andere Höhe! Achtung! Wollwurzeln! Alter, du hast mich fast getötet! Oh, 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 oh! Gott, wie viele da ich renne! Oh, ja! Einhalten! Max hinter dir! Nice, Max! Follow Dieter! Hinter dir, Jay! Hinter dir! Schaffen wir! Schaffen wir! Schaffen wir! Nice! Ich hab gar kein Leben! Oh! Aua! Die letzten sind da oben! Die letzten sind da oben! Kommt, das schaffen wir! Attacke! Ich geh da rein! Hoch da jetzt! Kommt nachher! Ich heil mich! Alter, wie viel hast du mir jetzt geholt? Ich hab 30 fast! Ich hab 30 fast! Oh! Izzy und Revy zurück! Hier sind nicht mehr viele! Ja, trotzdem! Wir machen das jetzt safe! Schönes Ding, Leute! Schönes Ding! Du bist noch mal ein Stück gut aus, oder? Acht! Acht! Vorpushen! Komm, 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 komm! Hier, hier vorne! Hinter den Baum, hinter den Baum, hinter den Baum, hinter den Baum! Push die Lane, push die Lane! Immer nach vorne, immer nach vorne! Close, A! Auf die Bombe! B! Die sind long! Flank rein, Flank rein! Ja, Tor! Jawoll! Geil! Sehr schön, Jungs, sehr schön! Die letzten laufen da hinten! Barron, Barron, Barron! ADC! Geil, Bombe A, Bombe A! Bombe A! Drei oder vier! Vier oder drei! Komm schon, die holen wir uns! Die sind ja alle zwischen dem Felsen versteckt! Sehr gut, Alter! Das schmeckt! Ja, weggesnipe die Hure! Dich hol ich! Junge, ich komm ins hohe Gras jetzt und fick dich! Ich mach dich kaputt, Mann! Ciao! Zwei noch, zwei noch! Sehr schön, easy! Na, einer! Jaaaaaa! Wuuuuh! Wuuuuh! Sehr gut, Alter! Ja, Mann! Ihr habt's gut gemacht, Jungs! Wie viele Kills? Scheiße! Das war mein erstes Mal! Okay, lasst ihn kurz durchgehen! Wer hat wie viele Kills? Max, fang an! Der hat sich versteckt! Max, zwölf! Darno? 30! Alter! Schießt, Alter! Ich hab zehn! Ich hab nur zehn, Alter! Junge, Junge, Junge! Ich hab zehn! Wuuuuh! Dennis! Junge, ich konnte nichts machen! Das war Katastrophe! Dennis, du geile Sau! Ja, Mann! Aber Jay und ich hatten das mitgegeben! Jaaa! Das hat's... Das war geil! Hat sehr viel Spaß gemacht! Ich fand's sehr frisch! Mann, ey! Bis zum nächsten Mal! Tschüssi! Tschöö! Mach's gut! Mach's gut! Musik